rotes licht wieso sollte man mit rohen leds nicht schlafen bringt das pech hat das irgendeine beleutung man soll generell nicht mit licht schlafen aber rotes licht stört den schlaf noch am wenigsten blau ist am schlimmsten also ich schlaf immer mit licht ohne krieg ich albträume und ich depp tue jede nacht was mit dunkelblauen licht schlafen danke für die angut lg je nachdem aber bei völliger dunkelheit produzierend die zivilbildrüse am meisten melatonin das lässt einen am besten einschlafen und morgens besser aufwachen wenn euch das video gefallen hat dann lasst bitte ein abo und ein like da außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen